Ich freue mich heute ganz besonders hier zu sein am Hof in Wien beim, wie wir Wiener sagen, beim Fest der Burgenländer. Und es freut mich, dass ich sehr, sehr viele Freunde hier heute auch schon getroffen habe, wie den Landeshauptmann Stellvertreter, den Hans Tschürtz. Das ist das Kultinarium, das ist eine Veranstaltung, die auf den Tourismus Burgenland ausgerichtet ist, weil man darf nicht vergessen, dass um 655.000 Wiener kommen ins Burgenland. Da kann man schon sehen, welchen Anziehungspunkt das Burgenland hat. Eine sensationelle Veranstaltung der Burgenländer in Wien. Burgenländer und Wien gehören irgendwie zu haben. Wir sind einfach Freunde, sind verbunden und kommen hier in Wien zusammen, um eine gute Zeit zu verbringen. Ich finde das immer wieder schön, dass Bundesländer auch nach Wien kommen, um ihr Bundesland zu repräsentieren. Heute findet es am Hof statt. Heute ist das Burgenland dran mit ihrer Kulinarik, mit ihrer Tradition. Musik spielt. Das ist eine tolle Veranstaltung, wo ich gerne bin.